Auto, Vorsicht! Er ist tot! Tot! Jetzt f*** ich auf! Hier vorne, landet gerade einer, hier. Sheep brake! Oh mein Gott! Jaaa! Aus der Luft! Ich liebe dieses Spiel, ne? Was war das beste Erlebnis, was man so erzählen darf, erzählen kann? Ich bin kein Single mehr, also, äh, ähm, es gibt keine Ü18 mehr, haha, Geschichten. Naja, aber es kann ja sein, dass es Geschichten, die du mitbekommst, gibt, die du aber nicht erzählen willst, oder so, weißt du, so, von anderen Leuten, wo du sagst, okay, das war trotzdem, das war trotzdem somit die beste Geschichte, weißt du, so, das gibt's ja auch. Achso. Ne, ich glaube, das, das schönste von allem war einfach, äh, Rise Against, weil ich auch als bestes Konzert empfand. Oh ja, die feiere ich auch sehr, muss ich sagen. Und da hing ich halt mit meinen Kumpels, Arm in Arm, äh, wir haben mitgegrölt, alle Tränen in den Augen, es war wunderschön. Ah, das ist geil. Die Texte sind da manchmal auch sehr schwerwiegend und dann fühlt man das mit und, äh, ja, mit, mit halt seinen liebsten Buddys nebeneinander ist natürlich unbezahlbar. Wir haben Zeppola und Manu, Wallhack-Manu, aber anscheinend. Nein, einfach WH-Manu, weiß ich jetzt nicht. Ich würde eigentlich gerne snipen, aber ich habe einfach keine Sniper-Klasse. Was spielt man denn so für Waffen? Also ich habe noch Gorenko. Die heißt Goro bei mir, scheinbar. Die spielt man tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich habe jetzt noch eine Klasse, die man benutzen kann. Moment, man kann jetzt ja einfach Waffen basteln, ich hab's vergessen. Ich spiele mal einfach irgendwas jetzt, dann snipe ich jetzt auch mal. Scharfschutzgewehr. Jetzt nehmen wir die AX50. Keine AR-Klasse. Weißes Licht heißt die, glaube ich, die gute. Was muss ich daran gewöhnen, dass es Movement gibt, das wird wild. Boah, das macht so Spaß, Bro. Das ist wirklich wundervoll, aber, äh, die, ich würde sagen, die Zweikämpfe sind wirklich wesentlich stressiger. Oh mein, oh mein Gott. Boah, der ist einfach direkt raus. Warum will ich denn jetzt raus? Das ist doch Quatsch, Manu. Ja, ich habe die auf jeden Fall gemütet, die beiden. Achso. Äh, Copy Game Peak. F*** auf. Wir sind hier für die Kills, oder? War sowas von. Wenn das Game zu laut ist, sag mal bitte Bescheid. Für mich ist es auf jeden Fall jetzt schon zu laut. Was passiert hier? Ah, komm der Heli, ich bin weg. Er kommt nicht, wie sind wir entkommen? Das kann nicht sein. Aber er hat den einen wieder aufgerechnet, der. Ich versteh nicht mehr, warum wir noch leben. Ach. Und muss den, und muss den. Ich versuchte den Gegenwerfer in den reinzuschießen. Er ist runtergeflogen zu mir. Ach man, ich struggle. So mit der East Traverse im Gulag. Boah, ich hab ne Schmutzwaffe. Irgendwann heute wird meine Stimme plötzlich geölt sein. Und dann ist alles kein Problem mehr. Also es muss halt einfach das machen, was du letzten Tag auch gemacht hast. Und da vielleicht mal ein bisschen Bier nachkippen, ne? Oh, die pushen auf mich oder was? Kann ich auf den Lodi landen? Ja, ja. Also hier ist jemand in der Nähe, aber es geht eigentlich. Ey, hä? Hä? Nice. Okay. Weißmarker? Ja, ja. Stark. Nein, hier ist jemand gelandet. Ich hab nicht nachgeladen. Ich komm nicht aus dem Fenster raus. Das ist ja so... Oh, da ist komplett das Team drauf gelandet, Bro. Habt ihr? Nice. Na, ich komm. Wurfmesser. Oh mein Gott. Er hat so geschrien. Er hat so geschrien. Oh, ich hab das so vermisst, Mann. Er hat so geschrien. Geil. Wirklich die Perfektion an Interaktion haben sie weggemacht. Ja, das sind ein paar böse sind das. Aufpassen. Die wissen auch, wo wir sind. Das kann nicht. Also... Ja. Wo haben wir... Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Okay, wie weit müssen wir? Hier? Achso, ja. Das wäre echt schlau, wenn wir da fliegen, ne? Das sind zwei... Livemarker. Äh, was? Der hat sich einfach hingelegt. Der hat sich einfach hingelegt und ich treffe ihn deswegen nicht. Digga! Das kann nicht sein. Greife den Schützen an! Weiß was hier! Also, Slipen muss ich noch mal lernen. Hä? Wie dumm von ihm! Weiß ich nicht, was passt, Negga! Als ob ich den nächst nicht abknalle. Ich meine, rechts von mir irgendwo auf der anderen Linksseite müsste was sein, auf der Flussseite. Nice, Bounty gescheit. Das ist gut. Kannst du den ULV? Ja. Das habe ich jetzt einfach straight up rein. Es ist einfach nicht eine real ULV. Nein, 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 nein. Ich wollte das. Okay, okay. 2 ULV und Wish. Aber ich brauche meinen Lowdown. Sie ist der Kallion, ja? Jemand von meinem Twitter hat eben geschrieben, dass er Foo Fighters gesehen hat, dass die wohl auch geil waren. Foo Fighters war auch geil, ja. Aber es ist einfach die Band, die ich privat eher selten höre. Ich habe ein paar Lieder von denen in der Playlist, aber nicht gar zu viel. Aber ich mag den auch. Ich sehe oben welcher. Wo ist oben? Da oben. Ich bin nicht weit weg noch. Ja, ich bin ganz woanders einfach. Noo. 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 Alter, was passiert hier? Man hört nichts. Das ist so geisteskrank. Hier ist auch einer. Ja, ja. Ja, der oben ist ganz gut, ne? Die Franzosen, die sich aufregen. Ja. 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 Die jagen uns, die jagen uns. Ich komme da nicht hoch. Guck mal an. Ist recht neben dir, Georg. Ich kann da nicht hoch gucken. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Einer ist komplett. Manu gekauft. Ups. Noch einer komplett. Wo? Nein. Einmal getroffen. Sheet Break. Nice. Jetzt steht er dahinter. Er piekt bestimmt gleich. Und dann ist er weg. Er läuft. Nein. Ich bin nicht nachgeladen. Auto. Vorsicht. Der ist tot. Tot. Oh, oh, oh. Rausgeschossen. Alter, Georg. Es ist so gut. Jetzt mache ich gar nichts mehr. Und jetzt geht es bei dir auf einmal ab. Let's go. Alter, hier wurde alles gekauft. Hier vorne ladet gerade einer. Ja. Ich schieb Rake Oh mein Gott Ja Aus der Luft Ich liebe diese Spiele Einer K.O Nein, er ist one Oh f*** Ah, was dann F*** die falsche Waffe hat Was ist das? Nein, ich kann den nicht sehen Ich kauf dich jetzt Okay Da kommt unsere Aufklärung Feindliche Drohne ist aktiv Drohne beginnt Überflug Nein, ich kann den nicht finishen Chat Feindliche Drohne ist aktiv Hast du gerade etwa einen klassisch gef***t oder wie? Ich hab den so den Kopf Aber der war halt instant nicht mehr zu sehen eigentlich Schade Einer ist da außen Obwohl der nicht hier oben drauf sein Der macht gerade einen Javelin drauf Was, bei uns oder was? Direkt unten schon Oh, ich wollte gesnipet von denen Hey, hab ihn, hab ihn Okay, nice Pass ich mal kurz Prezi drauf Danke, Mann Hast du gerade geschossen die ganze Zeit? Ne, ne? Ne Leid das rechts oder ist da jemand? Mein Prezi ist ja da nicht skittet Also hier unten müsste jemand sein Au, ich wurde schon wieder gesnipet, Digga Irgendwo vor uns Ah, auf den Berg, oder? Ja Auf den Berg, pass auf Ich werde von links besnipet Nicht vom Berg irgendwie Aber am Berg auch Ja Und west von hinten, ja Ich kann nix machen, Digga Aber wir hätten immer ausbleiben sollen, I guess That's alright Ah, ey Alter, wie der ist gerade alles zusammenkamm Ich wunderte es mit angefangen Und dann war nur noch bei mir, ey Ja Ich kann doch noch ein bisschen Crutch machen in dem Spiel Das kann man sonst irgendwie nicht Ja, eben Ja, Juka Hast du nicht auch Angst, dass das Flugzeug abstürzt? Weil es brennt? Ja, also die ganze Zeit, klar Die ganze Zeit, ne? Naja, ich kann gar nicht mehr schlafen Äh, wie kann denn hier keine Waffe drin sein, hä? Ist das nicht illegal? Das ist illegal, doch Ich habe die P90 aufgehoben Und da ist mir wieder eingefallen Wie in jedem Warzone-Teil Die Leute immer in den Chat kommen und sagen Ey, probier mal die P90, die ist so krass Dabei ist sie halt immer average gewesen Aber sie fühlt sich einfach gut an Das ist einfach eine Waffe, die in jedem Spiel geil ist Ja, genau Irgendwie Riecht nice Ja, die fühl sich gut an Ja, die fühl sich gut an Ja, die ist da Wilhelms schreit gerade Ja geschehen Ich kann nichts machen Ist so, aber danke Was ist passiert? Ja, ich werde in One-Shot geschossen Äh Ich werde jetzt wieder in One-Shot geschossen Okay So, ich spiele jetzt AKU und QBZ Ich weiß So Da drin ist jemand Wurde jemand gekauft hier oder? Was hast du denn geholfen? Wo rechts snipe jemand? Hier drin? Ich sehe ihn leider nicht Auf einmal sind zwei Leute rechts neben mir Mann, was soll ich denn machen die ganze Zeit? Boah, es kann schon ein bisschen Pech Gut dann, ey, mal Lager, schau dir dann So schnell stirbst du nicht Ey, mir werden Kills gerade geschenkt Ich bin ganz ehrlich Wo wollen wir denn hin? Hast du den Vorschlag? Frage Ich schreit gerade so ein Franzose ins Roll Bin nicht so ganz auf der Höhe Ja, hier vor uns Was hat er gekauft? Ja, genau Jemand aus dem Flugzeug gerade gesprungen, na? Aber ich sehe ihn Das ist hier bei uns auf jeden Fall Müssen wir hier kurz raus Leute, landet einer Nice Fits wollte, ey Ich mache halt gerne bei meinem Auto kurz so einen Schwenker Okay, oben drauf ist einer Meere, zwei, zwei Leute mindestens Wir sind einer runtergesprungen Zwei runtergesprungen Lasterstall, da hab ich halt Deswegen mache ich das mit dem Laster Noch einer bei mir, noch einer bei mir So Läuft noch einer weg Der ist gerade über die Mauer gesprungen Der ist One Shot gewesen Okay Deswegen mache ich das mit dem Laster gerne mal Huh Unterhinten ist er Ist das schon so gesprungen? Er hat schnell ich sehen Hab ihn noch All right, ich schlag ein, Juke Wir fahren über seine Leiche Ja Der kann ich heute Jeremy Jeremy Irgendwann hast du ihn Weiß ich nicht, Jeremy Weiß ich nicht Auto kommt Wieso kann ich das Auto? Ich hab Kotter auch nicht drauf gelungen Ich glaub rechts von uns ist jemand Irgendjemand hat auch auf den Geschossen hier Oh, von da oben Oh, da ich muss das wegbringen Alles so f*** Große hier Ich steck mich in so einem Team, wenn du mit ehrlichem Schuss abkriegst Oh, okay Unser Auto ist aber fast tot Also müssen wir hier sehr vorsichtig sein jetzt Hat der ein Glück, ne? Dass wir gerade am Fliegen waren Ich weiß noch nicht wohin, aber ich will fliegen Vielleicht zu ihm? Wo ist er denn hin geflogen? In die Richtung Ja, okay, jetzt hier landen, während man nicht weiß, ob er hier ist Gefährlich, ne? Hier ist irgendwo ein mysteriöser Vorrecht noch Schau dir das genauer an Ja, die gesniped Und 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 die gesniped Kommen wir mal als schlimmerer an mein Schrausbuch Hab Spaß, ja Hä? Wo soll er sein? Na, Peter Ne, bist du? Hä? Ja, er muss Jetzt haben wir ein Feindschlussolaten in der Nähe Ich bin so verwirrt gerade Hier ist einer Da oben drauf ist einer Das ist wirklich einer bei mir Ah, da ist er Da drinnen Sheetbreak Nice Oben ist noch einer Na, ist der unten Der unten Unten, okay Er ist ungedroppt Er ist one shot oben Okay Der unten ist tot So, man hat überlebt Ich weiß nicht wie Unter mir Mann, da sind doch die teammates Nein Zeig mal Oh, er lag da die ganze Zeit Oh mein Gott Kühl das an Und da mit dem Ähm, ist das Ja, okay Schade Ja, meine Stunts haben natürlich nichts gegen den gemacht Wenn man so Versucht die mit den Kran verlassen Ja Ja Rushheim mit einem Kill Ah, der eine Gegend Der dich gerade verloren hat Mir muss ich einfach sagen Hat er toll gespielt Lauf Jeremy Ist da zu viel Jeremy läuft einfach weg Den Eingriff rostet Oh nein Oh nein Oh nein Nice Ein feindliches Team ist dir auf der Spur Perfekt Sehr viel Angst gerade Ich denke, das ist doch für der beste Shop gerade Rushka, ja Ich werde dich Ich sag gar nichts Oh, Schussverkauf Nein Ausrüstung dazu geholt Nice Wie geil Oh, ihr snipe jemand hin Pass auf Von da Hinter dir Okay Pass auf, pass auf Das snipe einer Von da Hätt schon Ich würde Ja Wollen wir da hin Hier zwei süßen Ja, das machen Steig mal hier aus Es sind mehrere Autos hier unterwegs Pass auf Mit dem Auto ist nur einer drin Der ist unterwegs Die Brake Das war ein guter Schuss Mein Nate den gesprengen Keine Ahnung, ich glaube das Auto wurde dann von mir erschossen Irgendjemand snipet auf mich Ah ja, ich sehe Da vorne Ich wurde von hinten gesnipet Was? Aus Südwesten Und dann landet jemand auf mich Wirklich komplett random Einfach im Wald waren Leute Ja, vielleicht war das die falsche Entscheidung Das macht so viel mehr Spaß Also bei mir läuft es jetzt gerade ganz gut So, ich hab mich wirklich wohl gefühlt Bin einfach rein, dies, das Du hattest sehr interessante Ja, ich hatte halt Pech So, ist halt Fifty-fifty Chancen, genau Dann war ich halt der Idiot, der so in drei drinnen stand Da hätte ich mich vielleicht auch früher ein bisschen anders hinbewegen müssen Oder so Ja, aber ist ja klar, dass man jetzt nicht einfach plötzlich funktioniert Und alle die richtigen Entscheidungen trifft